Schauen wir uns nun gemeinsam an, welche Neuerungen es im Bereich Finanzen sowie Buchhaltung gibt. Hierfür machen wir eine kleine Abrechnung im März und ich gehe einfach mal Verträge abrechnen und wir sehen hier schon, dass der Leistungszeitraum vom 1.3. bis zum 16.3. geht. Dies ist nämlich das Enddatum des Vertrages. Das heißt, bei der Abrechnung wird jetzt auch berücksichtigt, wenn zum Beispiel das Enddatum des Vertrages früher als der ausgewählte Abrechnungszeitraum ist oder natürlich auch umgekehrt, wenn das Startdatum nach dem Beginn des Abrechnungszeitraumes liegt. Es gibt nun auch die Möglichkeit, neue Felder auf die Rechnungs-PDF-Dateien aufzubringen. Gehen wir hierfür in Dateien zu Rechnungen und erstellen wir hierfür zum Beispiel eine Sammelrechnungsvorlage. Wähle meine drei Rechnungen aus, klicke auf Sammelrechnung erstellen und meine Sammelrechnung wird mir jetzt hier runtergeladen. Wir sehen auch hier, dass beim Abrechnungszeitraum bei diesem Vertrag, der am 16.3. endet, auch der Abrechnungszeitraum am 16.3. endet. Es geht nicht bis zum 31.3. Und wir haben hier unten auch noch aufgedruckt, das Monat, welches abgerechnet wurde, sowie das Jahr, welches abgerechnet wurde. Diese Daten können nun auch auf die Rechnungs-PDF-Dateien aufgebracht werden. Im Bereich der Finanzen gibt es nun zwei neue Masken in der neuen Social DB. Es können Preise jetzt auch in der neuen Social DB angelegt, eingesehen und bearbeitet werden. Sie sehen hier eine Übersicht. Wenn Sie draufklicken, können Sie die Preise dementsprechend bearbeiten und auch die Abrechnungsgruppen wurden in die neue Social DB übernommen. Und Sie sehen hier auch schon eine neue Funktion, die den Bereich der Buchhaltung betrifft. Wir haben hier auf der Unterbringung ein Konto hinterlegt, nämlich die Unterbringung, die wir vorhin auch abgerechnet haben gemeinsam, soll auf dem Kontoerlöse-Tagsatz-Unterkunft landen und das Taschengeld soll auf dem Kontoerlöse-Tagsatz-Taschengeld landen. Das bedeutet nicht, die gesamte Rechnung soll auf einem Konto landen, sondern pro Rechnungsposition soll ein eigenes Konto zugewiesen werden. Und genau diese Einstellung kann man auch hier bei den Abrechnungsgruppen vornehmen. Sehen wir uns jetzt gleich im Bereich der Buchhaltung den BMD-Export an. Ich wähle hier jetzt den April aus. Wir haben ja heute die Rechnungen erstellt und wir sehen schon, die Rechnung 01 ist aufgeteilt auf zwei Rechnungspositionen. Wir haben hier einerseits das Erlöskonto für die Unterbringung und andererseits das Erlöskonto für das Taschengeld. Diese Zuordnung, diese Verbuchung erfolgt wieder automatisiert im Hintergrund im Rahmen der Abrechnung.